Haha! Stacked Deck. Okay, ich will mal zurück und das andere angucken. Weil ich ja immer klar, dass ich nicht alle angucken kann, bevor ich weiterkomme. Naja, gut. Okay, ich kann auch noch weitermachen, sehr schön. Ich bin gespannt. Nee, was völlig anderes. Nicht mal eine Maske auf. Absolut. Ey, du hast einen Staat im... Da müssen innere Organe zerrissen sein. Das ist so, wie er steht. Naja. Das schmerzt mich hin und her aber trotzdem. Es gibt kein Zeitpunkt. Es gab nicht alle Zeit. Aber nur das Schmerzen. Mask. Das ist keine Maske. Also ist offenbar jeweils kein Robin. Das ist etwas anderes. Hm, aus der Ferne helfen, das ist nicht doch sinnvoll, oder was? Du hast überhaupt keine Kampferfahrung. Ich meine, ich muss jetzt wieder trainieren. Das geht doch so nicht. Alles andere wäre unverantwortlich, ganz im Ernst. Da kann sie noch so geknickt sein jetzt, aber... Du kannst doch nicht etwas so wieder loslaufen. Du bist immer nichts zerrissen und kaputten aufgeplatzt. Ja, die brauchen auf jeden Fall. Aber Batman ist durch Schmerz. Wenn ich halb so gut als mein Vater mache, bin ich stolz. All right, let's go. Ja, spring... Bitte drohen und eingepackt gleich. Spring doch rein, als wenn es nicht gewesen wäre. Der Typ ist sowas von kaputt und zerstört im Körper. Das kann er gar nicht alles können, was er gerade macht. Und der kann nicht wieder aufrecht stehen. Ich meine, der Typ müsste doch mindestens ruhen. Ich meine, wenn er sich jetzt bewegt, dann schwappt er alles innen drin über. Immer East End 2535 und... und... keine Ahnung. Meine Fresse. Der Typ ist so... ein Übermensch. Der Typ ist so... Ready to go on this end. Batman? Yo. I wasn't expecting you. We might not be able to give you a lot of time. Well, while they're kidnapped and me getting canned, I'm not sure whose jurisdiction this crime scene falls under. The agencies or the GCPDs. So for now, let's go ahead and say it's yours. All right? My people are here to help however they can. Um... Glad you're here, Jim. I ain't heard that... Technically, I'm not here. Not in an official capacity anyway. Working outside of the law. Let me know if you need any pointers. So what's the plan? After the pack separated, Joker had to find somewhere else to hide. There could be clues here that tell us where that is. And where he can take Waller. Chaja. Aber er hätte jetzt Tiffany mitgenommen. Ich meine, er hätte sie doch erkannt, oder? Der hat sie ja schon mal gesehen. Ich hätte keine Maske auf. Es wäre ja sofort klar gewesen. Deswegen ist das so... So doof. Mitzunehmen. Gibt eigentlich tausend Gründe dagegen sprechen. Auto. Ach. Alles. Hm. Das ist nicht so... Es ist nicht so... Es ist so... Es ist nicht so... Es ist so... Es ist so ein... Es ist so ein Klick-Klick-Geräusch. Aber er muss die Luft klicken eigentlich. Wenn er gerade anklickt. Er dürfte zum Grosch gar nicht kommen. Er dürfte zum Grosch gar nicht kommen. Achja. Ah. Guck an an. Das ist noch was. Wohl kaum. Das kommt wieder, Jimmy Boy. Na. So. Genau. Alles andere war irgendwie doof. Ah. Ja, ja. Jetzt ist wieder sedimental, der Batman. Aber ich finde doch allgemein, dass Batman hier... in der Telltale-Geschichte menschlicher dargestellt wird, als er normalerweise dargestellt wird. Also Batman wohl gemerkt. Nicht Bruce Wayne, sondern Batman. Hieß das so viel zum Alter. Ben brauche ich ja wahrscheinlich weniger. Oh. There you go. Dschau-Geräusch. Ja. Na gut, doch mal angucken und scannen. Wie brauche ich was hier jetzt? Gift wahrscheinlich. Ach. Aber ich wollte... Hm. Es wäre schon nicht schlecht, was, wenn man sich aufzuscannen und entsprechend da was zu haben, wie gesagt. Mann, Mann. Kann ich auch selbst... Guck mal, kann ich auch. Hatte ich gar nicht gemacht, mich selbst bewegt. Jetzt ist hier noch etwas anderes. Ganz, ganz, ganz... Ah, Tatsache. Blindginger. Smoke pellet. Jokers. Potassium-Nitrate and... Kainsugar. Homemade. Sloppy. A custom tungsten-stil Joker-Rang, but smoke pellets you can make in your kitchen? Hm. His gear. It's made by different people. Oh. Möglich. Wahrscheinlich hat er ein paar selbst gemacht. Würde ich ihm zumindest sehr zutrauen, dass er da selbst Hand anlegen möchte. Ach, das ist doch... Och, ach, doch, Mensch. Oi. Ach, ich hab mir gerade zum Beispiel... Also, offenbar echt eine recht vollgepackte Episode. Das ist ein bisschen mehr auf die... Wurzeln der ersten Serie, die zurückgeht. Sure. But why? I've seen what these callers can do. Might come in handy. Indeed. Genauso wie das Venom analysieren lassen, aber das willst du oft mal nicht erkennen. Naja. Nothing of note. Dann nicht. Toll. Äh, da war noch was. Trebbe. Ach, benutzen. Dachte auch zum Scannen. Vielleicht noch mehr Zeit. Also, bis hier... Bewegen wieder, ja. Ne. Ach, da. Danke. Hm, not sure. Redler would like the nude decor. This Joker guy going nuts. I heard it started with Redlers murder. That he's blaming Waller for it. Would not actually surprise me. Redlers murder, really? But maybe it was always just a matter of time, before he snapped. Noch ein Bitter... Ein Zokerang. Danke, ich kann auflesen. Tja, whatever. Pop. Danke. Der Tote, ja. Mist. Hm, hm. Aber der Joker ist ja schon der Joker. Der muss nicht mehr in Ace Chemicals Chemiezeug reinfallen. Ich zeige eine Sache noch nicht, Annalie. Oh. Äh, okay. So hand over everything you found before I knock out those pearly whites, in the name of the law. Eh, 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 eh. Batman, we don't have time to mess around this child. Uh. Make time, Coppa. You all take orders from me now. Nah. You're going back to jail, Harley. I don't care what deal you make with Waller. Let me show you how things work around here now, Batsy. This is Agent Quinn, suppressing fire. Ach, nö. Ach, lass mal. Äh, ausweichen. Dukeen. Weil Autos ja auch generell explodieren. Weiß man ja. Die tun sowas. Nicht. Nichts. Nö. Nö. Ah-oh. Nö. Nö. Ah-oh. Ah-oh. Hehe. Sie niedermachen. ok ich ziehe sie also zu mir in die schusslinie genau das sehr gut denkt doch noch mal gleich einmal gereicht auch mal nicht sie könnte mich vielleicht verletzt ich bin nämlich selbst schon angeschlagen was soll jetzt heißen wie sie auch die entführen oder was das